Sportwetten 9.07.2019 Tagesgewinn 1.190 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Die Resultate der kostenlosen Prognose für den 9.07.2019 liegen nun vor und es wurden insgesamt bei einem Einsatz von 64 Euro 1.190 Euro gewonnen, netto also ca. 1.160 Euro. Hier die Details. 1.4 zu 0.1 Euro. 12.26 Euro. 58. Doodle Angepfallet A. 1 und 0.2 zu 2. 4 Euro. 106 Euro. 34. Mariam Pol Beograd 1 und 0.0 zu 0.3 Euro. 50. 3.372 Euro. 18. News 1. Chronicle E. 1 und 0.2. 2. 3 Euro. 20. 11. 190. 98 Euro. 64. Einsätze. 64. Reihen.